Ausgangspunkt ist dieses Preisschild. Tja, mehr kennt sie nicht, die hautstrafende Körperlotion. Hautstrafend und hautstraffend sind Minimalpaare, sie unterscheiden sich nur in der Länge des Vokals. Um Minimalpaare soll es hier aber nicht gehen, dazu habe ich sowieso schon mal ein anderes Video gemacht. Auf grafischer Ebene markiert das Doppel-F die Kürze des vorangegangenen Vokals. Eigentlich ja seltsam, dass der Vokal bzw. dessen Kürze am Konsonanten markiert wird. Wie kommt es dazu? Denn das war noch nicht immer so. Im Mittelhochdeutschen wurde das Adjektiv straff tatsächlich mit nur einem F geschrieben. Ob das Wort sogar mit Strafen zusammenhängt, ist nicht ganz klar, für uns jetzt aber auch nicht wichtig. Jedenfalls kam im 18. Jahrhundert dann das Verb straffen hinzu. Hier haben wir das Silbengelenk und die Doppelschreibung. In Analogie dazu wurde nun auch das Adjektiv straff mit doppeltem F geschrieben. Jetzt haben wir es wieder einheitlich. Wie ich schon im Video zu den Orthographieprinzipien angesprochen habe, wirkt hier das morphologische Prinzip. Aber um zu verstehen, woher die Schreibung mit dem Doppelkonsonanten herkommt, müssen wir noch weiter zurückgehen. Im Germanischen gab es noch sogenannte Geminaten. Konsonantische Geminaten, wenn man genau sein will. Das Wort leitet sich her aus Lateinisch Geminare verdoppeln. Geminaten sind Konsonanten, die doppelt oder eben länger artikuliert werden. Das Merkmal der Quantität gibt es also nicht nur bei Vokalen, sondern auch bei Konsonanten. Im Standarddeutschen ist diese Unterscheidung bei Silbengelenken aber nicht vorhanden. Das Phänomen ist lautlicher Natur. Mit der Schreibung hat das erstmal nichts zu tun. Doppelt geschriebene Konsonanten bilden nicht zwingend Geminaten ab. Ich betone das deshalb, weil das häufig missverstanden wird. Wie gesagt, sprechen wir das F in Straffen genau gleich lang aus wie das in Strafen. Dass Lautung und Schreibung hier nicht zusammenhängen, ist auch daran erkennbar, dass die Doppelschreibungen mühsam gelernt werden müssen. In anderen Sprachen gibt es aber durchaus Geminaten, beispielsweise im Italienischen oder auch im Finnischen. Man kann hier die längere Artikulation der Konsonanten hören. Aber früher hatten wir solche Geminaten eben auch im Germanischen. Sie sind vor allem im Zuge der sogenannten westgermanischen Konsonantengemination entstanden. Vor allem, wenn ein J in der Folgesilbe stand, wurde der Konsonant in den westgermanischen Sprachen, dazu zählen unter anderem das Deutsche und das Englische, häufig verdoppelt, wie hier am Beispiel von Bitten. In der althochdeutschen Form ist das auslösende J also bereits geschwunden. Auch durch Assimilationen konnten Geminaten entstehen. Zur Assimilation gibt es auch schon ein Video. Eine weitere Möglichkeit, wie es zu Geminaten kommen konnte, ist der Ausfall eines Vokals. Und nicht vergessen sollte man auch die Tenusverschiebung der zweiten Lautverschiebung, die man bei dieser Gelegenheit auch schön wiederholen könnte. Ich mache das jetzt aber nicht im Detail. Die germanischen stimmlosen Plosive wurden zur Doppelfrikativen verschoben. Beispielsweise wurde aus P das Doppelf. Offen wurde nun also länger gesprochen. Aber keine Geminaten entstanden, wenn der Vokal nach einem Langvokal oder Diphton stand, wie hier schlafen. Auch im Auslaut, wie hier schiff, wurden sie vereinfacht. Genauso auch Vorkonsonant, wie beispielsweise in der Präteritumsform von Küssen. Und der Abbau von Geminaten, die Degeminierung, setzte sich in der deutschen Sprachgeschichte fort. Geminaten standen nur noch nach Kurzwokalen und auch hier wurden es stufenweise weniger. Es lässt sich schwer datieren, es wird aber davon ausgegangen, dass bei den meisten Obstruenten die Geminaten bereits im späten Althochdeutschen nicht mehr gesprochen wurden. Im Mittelhochdeutschen und spätestens im Frühneuhochdeutschen verschwanden sie auch bei den Sonoranden und restlichen Konsonanten vollständig. Stattdessen sind sogenannte ambisilbische Konsonanten entstanden. Das heißt einfach, dass der Konsonant zur beiden Silben gehört. Dieses entstandene Silbengelenk kommt nur nach Kurzwokalen vor. Die Schreibung, und deshalb ist auch die Datierung so schwer, blieb aber über die ganze Zeit hinweg gleich. Die Doppelschreibung ist sozusagen ein Überbleibsel dieses alten Lautstandes. Und so ist etwas passiert, was ich schon in anderen Videos angesprochen habe. Eine Reanalyse hat stattgefunden. Das heißt, die Doppelschreibung markiert nicht mehr die Länge des Konsonanten, sondern das Silbengelenk bzw. damit einhergehend die Kürze des vorangegangenen Vokals. Dies brachte mit sich, dass sich auch andere Wörter in dieses Muster einfügten, die ursprünglich gar keine Geminate hatten. In Himmel etwa blieb die Dehnung des Vokals aus, stattdessen wurde der Konsonant ambisilbisch und somit grafisch noch ein zusätzliches M eingefügt. Ungefähr parallel dazu wurden die fürs Früh-Neuhochdeutsche typischen Konsonantenhäufungen, die sowieso nie eine Geminate markierten, mit der Zeit abgebaut. Wörter wie Auf- oder Schriften wurden nur noch mit einem F geschrieben. So setzte sich ab dem 18. Jahrhundert mehr und mehr die Regel durch, dass die Doppelschreibungen nur noch im Silbengelenk und in morphologisch übertragenen Fällen auftauchen sollte. Dadurch wird das Lesen erleichtert. Naja, oder eben erschwert, wenn wie bei dem Preisschild der Doppelkonsonant fehlt, der die Kürze anzeigt. Wir lesen den Vokal dann sozusagen automatisch lang. Aber zum Schluss nochmal zurück zu den Geminaten. Denn interessant ist, dass wir in Teilen des Bayerischen und im Südlichen Alemannischen, also vor allem in der Schweiz, noch heute lange Konsonanten haben. Das sehen wir etwa auch auf dieser Karte. Beispielsweise in der Umgebung von Bern haben wir die Geminaten. Natürlich kann man auch einfach zum Spaß einen Konsonanten länger artikulieren. Oder zur Erpressung. Ich zum Beispiel werde das F jetzt so lange halten, bis sie den Kanal abonnieren oder einen Daumen nach oben geben. Vielen Dank.